So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 63. Ich glaube, wir waren nicht hier stehen geblieben, mit den 8 Totmünzen. Ich habe lange nicht aufgenommen. Ja, waren wir. Und ich sagte, glaube ich, da müssten diese Dinger hinkommen. Und ich sagte, wir sehen uns an einem anderen Nisch wieder. Aber ich glaube, man musste nur diese Switch aktivieren, damit da diese Treppen kommen. Weil ich habe vorher da auch nichts gesehen gehabt. Das ist so wundervoll. Wo waren jetzt die ganzen Münzen? Hilfe? Na, hier geht's hoch. Hier zuerst ran. Nicht-Legend-Spiel. Es kann sein, dass mein Spiel total abregt. Weil mein Flash-Play nicht mehr so richtig funktioniert. Ich weiß nicht, ob das dann auch abstürzt. Kann sein. Ich hoffe es noch nicht. So. Aber, das tat weh. So, dann haben wir hier eine rote Münze. Und ich sollte den Ton eigentlich wieder leiser machen. Warum habe ich das nicht getan? Jetzt ist es halt zu laut für mich. Und wenn ich leiser mache, dann stillen nachher die Gesamt-Lautstärke nicht mehr. Ach, egal. Ich lasse das jetzt so. Ich kann es ja in meinem Headset mal kurz leiser machen. Passt. Jetzt soll es mir noch nicht mehr lägen. Dann bin ich voll ins zufrieden. Na ja, erst wenn wir alle Münzen haben. Dann bin ich zufrieden. Äh, ja, genau. So. Da wäre das jetzt... Ähm, wo senden wir? Wird da eigentlich angezeigt, weil wir senden. Nein! Da habe ich die eine Münze. Jetzt müssen wir nur noch in den östlichen Bereich hier rein. Eine Münze holen? War das überhaupt hier? Hey. Da ging es runter. Ja, eine Münze. Äh, okay. Was waren da wohl noch mal? Nichts! Rein gar nichts! Sicher? Nein. Sehr sicher. Da darf nichts sein. Gut. Hier geht es. Von dort sind wir gekommen. Diese Düse. Die wir hier bekommen würden. Ich weiß nicht, hier geht es ganz hoch, oder? Nicht lägen. Nicht lägen, verdammt. Ach, das schon wieder. So. Das schaffen wir. Yippie! Rote Münze. Ich bin unsichtbar, ihr Geister. Ihr kriegt mich nicht. Darf ich da auch mal drauf bleiben. Hey, was hat mich jetzt gestoppt? Das war ja. Falle, hä? Kann man da nicht durch? Das ist mal voll unfair. Was ist denn? Was ist denn? da war nicht okay das hat wie dort auch okay damit wären wir wieder unten so stimmt ja wir waren ja hier durch tür durch die verdammt man auch ganz gut voran und da kommt auf ich hoffe nur dass hier nicht noch eine war das schaffst du aber kommen das ist locker hier gibt es hoffentlich keine andere roten das ist geschafft dann hoffen wir mal dass hier wirklich nichts anders muss dann halten nur noch am ende wissen wo diese switches waren wo waren diese switches hier sind türen hier sind auch noch türen wo führten die alle hin meine leben schistikowski so hier war glaube ich noch irgendwo in einer ungefähr hier glaube ich da war nur diese wenn ich da rausgehen und komme wieder da unten raus das will ich nicht wenn wir noch hier weg geist da war eben keine rote winze da kann man ja auch kommen wo das hier noch mal hin führte ich hasse so ist das jetzt immer andere steuerung gewöhnt von anderen spiel ich liebe diese falsche richtung ja gut dann sind wir hier hey mein wasser geht raus hey warum geht er heute nicht so wirklich durch türen wenn ich das will wenn ich das will aua aua zwei nein keine rote winze keine nur eine drüse die ich auch mitnehme weil mein wasser ausgeht sonst hausta sondern gehen wir unter hohacity hier musste ich hin hier musste ich hin verdammt Oh, dann nicht. Au, okay, wo war jetzt hier die rote Münze? Und ich will nicht gegen König Buu kämpfen. Nein. Minus, stimmt. Minus. Hier unten sind zwei rote Münzen. Yay. Ach ja, die waren ja unterbrochen, oder? Ich eile... ... mir eine Münze. Ich darf nicht ertrinken, ich muss euch holen. Dann haben wir schon sechs. Sechs. Ey, ey, ey. Okay. Wenn wir sechs haben, fehlen noch zwei. Die eine weiß nicht, wo die ist, die andere keine Ahnung. Ich glaube, da, wo ich eben war. Oder so. Aber wie kommen wir da nochmal hin? Ich glaube, wir mussten dann einfach nur durch die andere Tür gehen. Als eben. Ach Gott, wieder hochlatschen. Ich liebe diese Welt. Hoppsa. Sprengen. Noch mehr springen. Und hochschleudern. Oh Gott, ich bin total gerade irgendwie verwirrt. Lange nicht dieses Spiel gespielt. Und da bekommt sowas dann raus. Das wird dann... Ei, ei, ei. Wo waren jetzt diese verdammten Switches? Und da sind wir hier doch schon. Und zack. Und zack. Und hops. Und zack. Und hops. Und... Vorletzte rote Münze, ne? Wo bist du? Ich weiß nicht, ob du hier warst. Aber auf jeden Fall gibt's hier Leben. Und auf jeden Fall ist da ein schönes Switch, den ich suche. Und da oben bleiben, drauf bleiben, so. Einer... Äh, kotz. Kotz, kotz, ich schaff's. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Zack. Ja, es wurde einer aktiviert. Was ist dagegen? Ah, wie schön, dass sie doch noch diese eine Rote. Und zwar... Den letzten können wir jetzt, glaub ich, auch holen mit, ähm, dem aktivierten, äh, Knopf. Hoffe ich mal. Denn wenn nicht... Dann... Muss ich ja einmal einen Knopf suchen. Ich hab keine Ahnung mehr, wo der war. Nicht mal im geringsten. Ansatzweise. Oh Gott. So, wo kam man hier nochmal? Mit dem unsichtbaren Scheiß. Mit dem unsichtbaren Scheiß? Ja, okay. Dann ist hier alles gegessen. Diesmal gehst du. Oh, diesmal gehst du da durch die Tür. Das ist schön. So, hier. Was? Jetzt geht auch wieder durch die Tür. Ja, Leute. Achtrote Münzen sind gleich gesch... Schafft. Ich wollte schon sagen, ey, kommt man überhaupt durch. Ja, komm, komm. Das wäre schon längst gewesen. Aber nö. Achtrote Münzen. Oh Gott, Leute. Lasst mich hier durch. Danke. Nee. Ach. Das wollte ich gerade eben nicht mehr machen. Okay. Frage ist nur... Wo kann man den Stern abholen? Frage geklärt. Wäre ich doch nur weiter nach oben gegangen. Aber nö. Dafür gibt es ja die Raketenbrüse. Ja, zack. Endlich hinter uns. Nein, ich hätte eine Münze mehr sammeln sollen. Dann hätte ich noch ein Leben mehr. Zwölf Minuten für diese dummen roten Münzen. Ich kann nicht mehr. Ich habe dieses Level gehasst. Nur damit ihr es wisst. Ja, natürlich wollen wir speichern. Bevor noch der Flash-Plugin und so wegfällt. Äh, just one more shines bright before both a spell on the endless staircases broke. Ach, ganz oben, oder was? Aber wir warten sowieso hier durch. Ins nächste Bild. Kleine Blau. Wasser. Sehr viel Wasser. The top of the town Wet-Dry-World is called Wet-Dry-World for a reason used there to reach the top. Logisch. Nein. So, wieder mal Minus-Korren. Oh, Knöpfe. Wahrscheinlich haben einen Wasserspiegel zu säcken oder zu heben. Welcome to Wet-Dry-World. Its name is thus due to the fact the water level will raise and lower with a touch of a switch. And to help you travel through the water faster, you can use Turbo-Flood. Oh, where's Turbo-Flood? Gute Frage. Ertrink! Er Armer. Gut. Die hier steigen. Nein, da oben ist. Der Fuh? Fuh! Kann aber nicht durch die Dinger da gehen. Fuh. Jetzt gibt's unsichtbar. Hm. Ein Stern? Gibt's hier aber auch wieder diese Sternensammeldinger? Yay. Kein Wasser mehr. Nicht yay. Wie komm ich am besten wieder hoch? Kann man nicht durchstehen? Ähm. Oh! Das ist ne Kanone? Star-Coin! Auch ne vielleicht. Das Wasser geht eh noch hoch. Jetzt können wir auch zur Star-Coin ran. Ich will hier raus. Oh. Oh. Ah. So, Herr Schaffer, das Star-Coin vorbei. Wenigstens haben wir jetzt die... Star-Flut, würde ich sagen. Turbo-Flut. Oh, wir müssen Münzen sammeln, wenn wir sonst ersticken. Oh, das ist sowas. Interessant. Rote Münzen. Rote Münzen. Hier sind überall rote Münzen. Ich hab keinen Bock, Rote Münzen zu aktivieren. La 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 la. Star-Coin. Speichern. Warten dann. Also. Okay. Dann klicken wir auf den Button. Und wie habe ich denn jetzt wen gekillt? So, Wasser sinkt. Das nenne ich mal Senkung des Wasserspiegels. Wow. Das hat ja sowas von gebraucht. Okay, was gibt es hier sonst noch? Ja, komm, drehen uns im Kreis. Nein, verdammt. Da war eine Rote Münze, oder was war da? Da war es auch noch eine Rote Münze. Also theoretisch könnte ich jetzt hier die ganzen Rote Münzen sammeln. Aber nö, darauf habe ich jetzt irgendwie keinen Bock. Die sollen ja irgendwas anderes machen. Aber schön zu wissen, dass alle Rote Münzen hier sind. Jetzt weiß man, wo die ganz Rote Münzen sind. Oder die Silver Stars. Da habe ich keine Ahnung, wo die sind. Wo wird es der Kampf jetzt gehört? Die kann Stahl sich so zusammendingsen. Was bringt mir das eigentlich, dass hier die Dinger sind? Oh, da sind wir doch noch welche. Dass ich jetzt hier wieder hochkönne. Nein, nein. Ja. Für Rote Münzen. Ich glaube, ich hole doch den Roten Münzstern verlaut. Oh, meine Güte. Geht sowieso auf Sack, diese Roten Münzen. Eigentlich müsste ich das ja alles nicht machen. Ich meine, warum mache ich eigentlich jetzt hier so überall alles einsammeln und so? Keine Ahnung, ich habe Spaß dran. Hier ist es, glaube ich, Spaß dran zu haben. Wozu gibt es jetzt eigentlich unsichtbar? Ja. Wie kann man unsichtbar gegen eine Wand knallen? Achso, unsichtbar gibt es für nochmal unsichtbar und noch eine Münze. Jetzt dürfen wir uns hier hochbegeben. Hey, 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 warte auf mich. Du, aber. Unnötig wissen, wo es hingeht. Ich wollte schon sagen, es ist nicht wahr, dass ich da jetzt wieder runterfalle. Ach, das wird partiert. Rote Münzen hier, Rote Münzen, na, da. Ja, das wäre geschafft. Nur nicht wieder runterfallen. Ja, komm. Bring uns schneller hoch. Vielen Dank auch. Da gibt es Münzen. Mann, wir haben schon sechs. Da war eine Rote Münze. Nein, 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 nein. Nein. Boah. Puh. Oh. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Okay, dann gucken wir mal hier. Wohlang, dass es hier geht. Ihr dreht euch nicht so, dass ich da runterfalle. So, da oben. Oh, die, die. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Naja. Brauche ich jetzt. Und ich habe nur keinen Bock, wieder zurück zu gehen. Hm. So. Wo bist du, schöner Stern? Da unten bist du. Und die Raketendrüse brauche ich schon. Und was ist, wenn man... Ich glaube, ich brauche die Raketendrüse, um nachher dort oben weitermachen zu können, indem ich einfach nur wechsle. Aber wenn ich sie hier nicht habe, dann doof. Ich würde sagen, ich hole noch mal schnell... Äh... Unsichtbar und so. Na komm, killt mich doch alle. Und ich liebe es, über Wasser laufen zu können. Das liebe ich wiederum nicht, dass man ständig gegen Wände knallt. Ja. So in etwa. Jetzt heißt es nur, dass wir das nicht erwischen müssen. Ja. Wir dürfen das dann nicht erwischen. Hier rauf. Nein, das muss halten. Das muss halten. Und Drüse nehmen und runter. Sonst... Wer weiß, was passieren würde. Ja. Genau. Und warum aktiviert sich die Drüse jetzt auf einmal? Springen wir rein. So. Zwei Sunshine in diesem Part nur gesammelt. Einfach mit Sülz. Hat man jetzt halt wie viel Minzen gesammelt in diesem Part, äh in dieser Welt beim ersten Mal. Ohne drauf zu achten. 185. Neuer Rekord, den ich jedenfalls nie wiederbrechen werde. Und wir speichern dann nichts ab. Bis zum nächsten Mal, Leute. The endless staircase is no more. You can finally go and defeat Bowser once and for all. Ne, es gibt tausend andere Spiele, wo er wiederkommt. Aber ich will machen trotzdem weiter, ohne Bowser zu besiegen. Ist nicht dauer. Aber das war Jochen. Danach離�ol面 und ist ja, dass jeder noch ein Besensor Nicole jetzt oben- und Ent fenderiert kam. Und du bist dann noch nie gonna Shivier. Und ich stecke euch nochmal mal so mit dir und vorir restoration. this war so angepas. Vielen Dank.